Hey! Null! Geil! Geil, 2-0, ich glaub das gegen das 3 ist, das heißt wir haben glaube ich gewonnen. So schlecht war ich gar nicht. Und? Ok, 1924 ist schon schlecht. Ja, da kommt schon immer Sinn. Gewonnen! Alles nur dank mir. Weil ich da hinten voll gecampt hab und ich hab gesehen und ich hab mich hingehockt. Keiner hat mich gesehen. Hab ich noch nie gemacht. Man findet schon neue Sachen raus. Also sabotage schnappen sich die neutrale Bombe und platzieren sie auf dem feindlichen Bombenplatz. Das Team das die Bombe zuerst explodieren lässt gewinnt. Die Aufgabe ist klar. Hm. Klingt aber kompliziert. Hm. Könnte, könnte schwer werden. Gleich haben wir auch alle Modis durch und alle Waffen. Und dann heißt es für mich erstmal Aufnahmepause, weil, boah, ich recorde ja hier schon zwei, drei Stunden, keine Ahnung. Ja, mach hinne. Schneller, ich hab nicht ewig Zeit. Ich wollte nämlich gleich noch essen. Ich bin so stolz gerade, dass es flüssig leuchtet, obwohl ich hier Wender und so ein Scheiß. Naja. Komm, schneller. Ah, es geht doch nichts über hier. Trinken bei warmem Wetter. Okay. Glaub nicht, dass es um halb zwei morgens, abends, wie ihr es nennen wollt, mitten in der Nacht so warm ist. Aber irgendwie ist es hier warm. Ich wunderte, dass noch hier kein Nachbar sich beschwert, dass ich hier irgendwie, boah, ein bisschen vor mich hin rede. Ist ja egal, ne? Dopp, 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 dopp. Eigentlich rede ich ja nicht vor mich hin, sondern ich rede ja mit euch. Ja, ähm. Wehe, ich werde wieder aus der Lobby geschmissen. Schneller! Bakara. Ach, das war diese Map, die ist groß. Scheiße und unübersichtlich. Dann gibt's an jeder Ecke, komm, ich will rausfliegen. An jeder Ecke so ein hässliches Gebäude. So schlimm. Entweder synchronisierst du mal schneller oder kick mich. Ein vom Bein trifft eh ein. Oder? Spieleinrichtung, warte auf andere Spieler. Puh, wär nicht gekickt. So, MG-Style. Hier könnt ihr auch nochmal angucken. Ihr könnt auch vor Verbesserungs... Dann schreibt ihr MG-Style Doppelpunkt und dann schreibt ihr eine Verbesserung. Dann schreibt ihr Perks und dann Doppelpunkt. Wer ich hier meint. Oder Secondary Wapen. Primärwaffe, Zweitwaffe. Irgendwie sowas der Art. Woll ich mich auch drüber freuen. Falls es Verbesserungen gibt. Nein, die Klassen sind bestimmt so gut da. Kann keiner was schreiben. Ben. Hallo? Nicht gut. War das so gedacht? Oder kommt man da oben? Ja, MG... Ist ja vielleicht... Gut. Besser als die Waffe dann auch. Bombe! Bombe, 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 Bombe. Muss haben, muss haben, muss haben. Hey! Hallo? Okay. Glaubt ihr wollen mich aber davon abheißen? Ah, da wascht schon jemand vor. Die warten auf mich, hoffe ich. Ja, die sterben ja. King Teemo, kommt. Okay, ich fühl mich nicht mehr so sicher. Nehmen wir mal hier Schrotflinte. Mal gucken. So, die sieht so aus. Ja. Ja. Hochgranate, warum? Damit ich mich hier näher ran schlagen kann und mit einem Schrot einfach hier so. Baz. Find ich schon besser. Trifft eigentlich. Lol. Musste. Okay. War nice. Frag mich wie lang so eine Runde geht. Denk mal ziemlich lang. Wie schnell ich bin. Ich habe die Bombe. Agro Man. Ich will mal Rauch machen. Ah, ich wollte gerade abdrücken. Also, auf dem Messer. Aber ich weiß es nicht, wo er war, deswegen war ich verwirrt. War so und dann wollte ich so. So. Nein. Wir oder die gehen noch? Das ist jetzige Frage. Oh, die gehen an Bombe platziert. Ja, dann. Ah, tötte mich. Habe ich auch keine Probleme mit. Dann sterbe ich halt. Interessiert das. Außer das gleich explodierte, wenn wir verloren haben. So. Nein. Ich bin nicht beleidigend. Verbindete Predator-Drohne im Anflug. Wir wurden besiegt. Wer legt nochmal eine Bombe? Ah, nice, nice, nice kill. Ich glaube, das war sogar ich, der. Shut the fuck up. Nur eine Runde? Okay. Dann, dann. Hauptquartier pro. Okay. Okay. So mehr Punkte bekommen sie. So. Jetzt nehmen wir die erste Snoip. Snoip, Snoip. So. Schnieper. Die Änden erweiterte das Magazin und dann. Ja, könnt ihr auch mal sehen. So. Zum Fall sie nicht lange genug gesehen hab, Pause drücken. ja er hat sich erlöst warum habe ich hier eigentlich eine s-mine ich versuche mal das weil ich nicht kann, quickscope, bin mir der hardscope ey, nichts war passiert da, ich nehme mal die andere plasse gebe ich das wurf besser ich finde die waffe sieht so behindert oberen ah, feindliche schießt der hin wo ist das rote mark ja, da war der rote bereich da alter hier murat murat legt alle um lecker versteck mich hauptquartier offline hauptquartier online hauptquartier online hauptquartier lokalisiert siehst du? online gesoldert wo campen die ey? die gleich sterben das tue ich eh ne? siehst du? ja ok die ist so overpowered wosch Schlecht. Schlecht. Er visiert nicht mich an. Boom. Nope. Ja, Morat Hacker. Ach so, wie viele Hacker gibt es eigentlich in diesem Game? Also ich glaube nicht, dass er so gut ist. Suchen und zerstören. Kein Wiedereinstieg. Verteidigen oder zerstören sich das Ziel. Okay, das heißt, ich denke mal, dass wenn versuchen und dann zerstören oder wenn einstieg. Ich bin ja nicht in den Achtung, aber ich bin ja nicht in den Achtung, aber ich bin ja nicht in den Achtung. Ich bin ja nicht in den Achtung. Was willst du mal? Wenn es kein Wiedereinstieg gibt, ich bin ja nicht in den Achtung. Was ist das, ich habe nicht in den Achtung. Hallo, Mar. Hä? Hallo, Mar. Was ist das Problem mit dem Game, Alter? Mensch, die Kurve. Geht sofort von oben nach unten. Natürlich. Hä? Ist das einfach super- S und Z sind ja toll. Ja, S und Z sind vielleicht gezeigten. Ja. Also. Gibt es Teamaufteilung? oder gibt dies dann das sieht nach dem Weg aus da ist nach dem Weg vor uns hoffentlich wenn ich immer verlieren sie haben drei ganz klar